Klairs nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzwelt. Die finanzpolitische Entwicklung in Asien hat vor allem an der Wall Street für einen eher zurückhaltenden Mochenstaat gesorgt. Wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die deutsche Börse aus. Deutsche Anleger und Firmen profitieren von der bewussten Konjunktur. Und so setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm fort.